Musik Musik Ich bin der Einladung hier auf das Gelände des UKB, des Unfallkrankenhauses Berlin, deshalb gerne gefolgt, weil ich die Heiligenfeldklinik Berlin kennenlernen wollte. Ich selber komme aus einem familiären Hintergrund, in dem psychosomatische Erkrankungen durch meinen Vater auch ausdrücklich geheilt wurden. Und insofern bringe ich so ein bisschen das Wissen über dieses spezifische Bild psychosomatische Erkrankungen mit und bin sehr dankbar, dass es auch stationäre Möglichkeiten der Behandlung gibt. Und noch dazu, auf diesem, wie ich finde, wirklich einladend schönen und für solche Therapien geeigneten landschaftlichen Gelände. Musik Ich hatte Gelegenheit, den Chefarzt kennenzulernen und auch andere Menschen vom behandelnden Personal. Ich muss sagen, dass sowohl medizinisch als auch personell, aber vor allen Dingen von der Umgebung, von den einzelnen Patientenzimmern, vom gesamten räumlichen Angebot, Kreativzimmer hier, das Ambiente bestens geeignet ist, psychosomatische Erkrankungen zu therapieren. Musik Es kommt hinzu, dass diese Umgebung des Parks und der Gärten auch der Seele gut tut. Wenn ich das schon als Besucherin sage, glaube ich, das werden Patienten ebenfalls so empfinden. Musik Wenn ich mir vorstelle, selber krank zu sein und behandelt werden zu wollen, denke ich, es gibt wenige bessere Standorte dafür. Einschläge ich auf der einen Seite mit Natur, Angebot auf der anderen, der Möglichkeit abends vielleicht sogar die Angebote Berlins in Anspruch zu nehmen, finde ich die Heiligenfeldklinik Berlin einfach am besten geeignet dafür. Musik 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 Vielen Dank.